Okay, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Final Fantasy XIII mit diesem bescheuerten, endlos langen Kampf. Scheiße! Gegenstände! Phoenix Reader! Serge! 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 I hate you so much for this! Ich mache wieder die Heilerin. Ich heile erst mal ihn. Und dann heile ich mich! Wie? Komm! Den müssen wir noch mal hochtreiben. Das ist ein Scheiß hoch drei. Das ist ja... Lasst ihr ihn mal in Ruhe, Leute. Serge, schau dich noch durch, bitte. Bitte, bitte, bitte. Hier, jetzt einfach die Attacke nicht ausgeführt hat. Gut, gut, gut. Wir sind beide so scheiße dann. Gnade euch Gott! Lasst ihn in Ruhe, lasst ihn in Ruhe, lasst ihn in Ruhe. Ich warne dich, ich warne dich. Ich muss nur ein einziges Mal. Gut. Nein! Ich muss um... Ich muss umändern zum Heilen, weil ich muss ihn unbedingt... Kannst du damit aufhören, mich jetzt anzugreifen? Ha? Ey! Manil, manil, mach schneller, mach schneller! Sollst du ihm doch helfen. Was machst du? Okay. Ui, 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 ui. So ein elendiges... Ey! Mann, ich komm nicht so schnell hinterher! Echt ätzend. Was? Ey, lasst ihn doch endlich in Ruhe! So ist daran, so schwer zu begreifen, bitte. Elendiges Mistvieh! Elendiges Mistvieh! 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 Du dummes Mistvieh, du dummes! Was, Getöse? Wo kommen wir jetzt da hin? Getöse! Nein! Ich muss nicht heilen. Ich muss nicht unbedingt... Heilen! So, hast du das jetzt gebracht, dass du mich damit angegriffen hast? Gar nichts! Aua! Ich muss bei der Sonne sagt, äh, auch nicht aufpassen. Okay, bitte. Nein. Erstmal nicht. Jetzt kämpft ihr noch ein bisschen mit. Los, los, los. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Lass du ihn in Ruhe. Lass du ihn in Ruhe, du verdammtes Mistbeer. Passt du sowas. Ich muss auf ihn auch passen. Serge, Serge, bitte. 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 Oh, was ist das? Ja, ja. Äh. Ja. Was, wenn er jetzt wirklich wegsend muss? Muss du zum... Komm, schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht, 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 vielleicht. Bitte. Vanille, schneller. Vanille, mach schneller. Vanille, mach schneller. Mach hinne. Vanille, mach hinne. Vanille. Du sollst hinmachen, hab ich gesagt. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Also das sind Gegner. Okay, ich hab den Kampf gleich beendet und den beende ich im nächsten Teil, weil ich glaube, ich rechne mit einer großen Filmsequenz, die jetzt dann gleich kommt. Und deswegen seh ich die leider erst im nächsten Teil und bis dahin, ciao. Okay. 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 Vielen Dank.